Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID Level 1 Array auf dem Netgear RediNAS DUO RND2000NAS wiederherstellen können. Wie Sie versandlich gelöschte Dateien aus dem Papierkorb wiederherstellen und Informationen von einem unbrauchbaren NAS abrufen können. Die RediNAS NAS Serie von Netgear ist ein ziemlich schnelles und sicheres Speichergerät. Der Hersteller verpflichtet einen mehr schwierigen Schutz gegen den Verlust von wichtigen Daten. Um das Beste aus Ihrem Speichersystem herauszuholen, müssen Sie die vorgestellten Konzepte zur Laufwerkkonfiguration verstehen. Diese RediNAS verwendet standardmäßig X-RAID Speicher, bietet aber auch die Möglichkeit, einen Standardspeichertyp namens FlexRAID zu verwenden. Jeder dieser Speichertypen bietet eine zuverlässige Speicherung, kann Ihre Daten jedoch nicht hundertprozentig von Verlust schützen. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie den Speichertyp auf diesem NAS ändern können, wie Sie versandlich gelöschte Dateien wiederherstellen können und wie Sie Informationen von einem zerstörten RAID abrufen können. Wie ich bereits in diesem NAS erwähnt habe, verwendet RediNAS standardmäßig X-RAID. Um zu FlexRAID zu wechseln, müssen Sie einen Werk-Reset durchführen und dann FlexRAID auswählen. Sie können den RAID-Typ auch in den Raider-Systemeinstellungen ändern. Warten Sie, dass bei einem Zurücksetzen auf die Werk-Erstellungen alle Daten und Erstellungen auf dem RediNAS-System gelöscht werden. Zum Zurücksetzen des Geräts befinden Sie sich am NAS eine spezielle Reset-Taste. Drücken Sie diese beim Start des Geräts mehrmals, um es zurückzusetzen. Oder gehen Sie zum Abschnitt System Update Werkeinstellungen und drücken Sie die Schaltfläche Reform Factory TV. Factory und zur Bestellung OK. Öffnen Sie RAID-R, wählen Sie Ihr NAS und klicken Sie auf Setup. Setzen Sie dann das Kontrollkätzchen auf Flexible Volumen und klicken Sie auf Create Volumen. Durch wird der RAID-Erstellungsprozess gestartet. Wenn er abgeschlossen ist, wechseln wir den Installationsstatus zu Volumen erstellen und dann zu Botten. Der Vorgang war also erfolgreich und wir haben ein neues Volumen. Als nächstes konfigurieren Sie den FTP-Zugriff auf den Speicher. Um den FTP-Server zu aktivieren, gehen Sie zu Service, Standard-File-Protokolls. Markieren Sie das Kätzchen neben FTP-App. Und klicken Sie auf die Schaltfläche Apple. Allnächstes können Sie einen Netzwerkordner erstellen und Berechtigung verstellen. Öffnen Sie dazu den Bereich Freigaben. Freigaben hinzufügen. Geben Sie den Namen des Netzwerkordners an und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Sie müssen nun die Sicherheits-Einstellungen für diesen Orden konfigurieren. Öffnen Sie Freigabeliste und klicken Sie auf FTP-Zugang-Einstellungen ändern neben dem neuen Ordner. Legen Sie die Rechte fest und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Zum Schutz vor versetzlichen Gelöschen kann die Papierkorb-Funktion auf diesem NAS aktiviert werden. Der NNGR RadioNAS Papierkorb ist eine Funktion des GIF-Protokolls. Einmal aktiviert können Benutzer gelöschte Dateien auf dem Papierkorb standardmäßig bis zu 10 Tage lang wiederherstellen. Wenn die Papierkorb-Funktion in der GIF-Zugriff aktiv ist, werden gelöschte Dateien verübergend im Papierkorb gespeichert und nach einer bestimmten Zeitplane entgültig gelöscht. Gelöschte Dateien können auch bei Zugriff auf eine gemeinsame Ressource über ein anderes Protokoll gelöscht werden. Prüfen Sie vor der Wiederherstellung, ob diese Funktion in den Anstellungen des Netzwerk-Ordners aktiviert ist. Öffnen Sie Shares, Shares Listing, indem Sie auf die Registerkaste ZIFs klicken. Warten Sie auf der Seite nach unten und stellen Sie sicher, dass die Option aktiviert ist. Wenn der Papierkorb aktiviert ist, sehen Sie im Stammverzeichnis der Freigabe einen Ordner namens Papierkorb, der die gelöschten Dateien enthält. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um sie wiederherzustellen. Wenn der Papierkorb jedoch deaktiviert ist, verwenden Sie eine Datenwiederherstellung-Software. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie Ihre Dateien nicht aus dem Papierkorb wiederherstellen können, dass Sie keine Sicherungskopie haben oder dass Ihr Speichergerät abgestoßt ist, was zu einem RAID-Ausfall geführt hat und Sie nicht auf Ihre Daten zugreifen können, hilft Ihnen eine Datenrettungssoftware, Ihre wichtige Daten wiederherzustellen. Laden Sie Headman RAID Recovery herunter und installieren Sie es. Headman RAID Recovery unterstützt alle gängigen Datei-Systeme und RAID-Typen und baut das beschädigte RAID automatisch wieder auf, damit Sie Ihre wichtigen Daten wiederherstellen können. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, entfernen Sie Laufwerke aus dem NAS und schließen Sie direkt an die Hauptplatine eines Windows-Computers ein. Beachten Sie, dass Sie vor Beginn der Datenwiederstellung über freien Festplattenspeicher verfügen müssen, der der Kapazität der wiederherstellenden Daten entspricht, damit Sie die wiederherstellten Informationen von Festplatten-Array kopieren können. Wenn ein Laufwerk ausfällt, können je nach RAID-Level auch einige Daten verloren gehen, die nicht wiederherstellten werden können. Wenn Sie ein Null-Rate verwenden, gehen beim Ausfall eines Laufwerks einige Daten und wieder blödlich verloren. Tatsache ist, dass diese Art von RAID-Durodaten-Striping-Leistungsorientierung ist. Das bedeutet, dass die Daten in Teilen auf die einzelnen Festplatten geschrieben werden, was eine hohe RAID-Leistung bei geringen internen Kosten ermöglicht. Im Gegenzug bietet es aber keine Redundanz. In dieser Situation müssen Sie damit rechnen, dass die Daten nicht verständlich wiederherstellten werden können. Sobald die Laufwerke angeschlossen sind und das Programm gestartet wird, beginnt es automatisch mit dem Scannen der Laufwerke und erstellt ein fälligerhaftes RAID. Die Details des erstellten RAID werden unten angezeigt. Um nach verlorenen Dateien zu suchen, klicken Sie mit der Rechnenmaustaste auf die Prätition und dann auf Öffnen. Im letzten Schritt wählen Sie die R der Analyse, Schnellsuche oder vollständige Analyse. Falls Ihr NAS ausgefallen ist und die Software ein RAID korrekt erstellt hat, ist ein Schnellscan ausreichend. Wenn der Scan abgeschlossen ist, öffnen Sie den Ordner, in dem sich die Dateien befanden, die Sie wiederherstellen möchten. Die Software behält die Dateistruktur und Namen bei, sodass Sie keine Schwierigkeiten haben sollten, die benötigten Dateien zu finden und Sie können deren Inhalt im Vorschaufenster betrachten. Wählen Sie alle Dateien aus, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie einen Spracherort, ein Laufwerk oder einen Ordner aus und klicken Sie dann auf Wiederherstellen. Und fertig. Alle zuvor ausgewählten Dateien befinden sich nun im angegebenen Verzeichnis. Wenn die Software nach einer Schnellsuche keine Dateien finden kann, führen Sie eine verständliche Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Neue analysieren. Verständliche Analyse. Geben Sie das Datensystem des Datenträgers an, deaktivieren Sie das Kontrollkätzchen für die Inhaltssuche, um den Suchvorgang zu beschleunigen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.